Das Wort für den Schluss. Komm, füge ich in den Markt. Ich bin schon der erste Vorabend. Wir sind auch in der Woche ein. Merci, wir kommen. Ja, ich würde auch mal sagen, ich mache mich an, ich mache mich an die Stunde. Es ist für mich wirklich ein krasser Hell. Das wir uns erleben, wir wieder verlegen. Ich habe viele, viele züchte, und ich habe viele es nicht. Wir werden arbeiten, die ich da bin. Und ich schätze mich, dass wir das letzte Mal an, die ich hier riecht. Aber ich habe heute noch Zeit, von Lüten, und Nachabend, und ich habe auch das, die ich dort verlegen. Aber nicht nur mich hier amリemen, lange haben Sie es dort geklärt. Und das würde ich vor allem aus Wurzerei, der Seele machen. Und ja, für die fünf Frühen. Eher, Wirtschaft. Komplett in Ruhe. Eher, die Junge, Wirtschaft. Raume, Unter, Schweizer. Von, die Älscher ist die Füße. Das ist wirklich ein blauer, hartes, wieder tiefes Schuss. Jedes. Danke euch. Pizze. Und wir sind die Pizze. Von Flöken. Fertig. Merci. Auf eine grandiose Eischaufbahn. Da fühle ich eine grandiose Höhepunkt. Und damit die Stimmung auch wirklich da ist, platzen sie in die Hände. Ich will euch. Sie kennen es. Ich probiere jetzt wieder etwas. Sie kennen es von Fußball. Hören Sie. Die Stimmung, das heißt, hier ist ein beliebtes, unstellbar, bis in Ruhe. Bitte, was ist denn da? Das ist ein Drauf. Das ist ein Drauf in einer Filme. Da hat es nicht, wir haben einen Tor. Bitte, heben Sie! Heben Sie eure Anrufe. Nicht ganz so großartig. In Deutschland, wir haben hier eine Uhlung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.